Am Abgrund der Unendlichkeit von Bernd Perblies Es liest Peter Lonzack Prolog Tiefe Aion am äußersten Rand des Dominaions Koana Wenn man lange genug in den Abgrund schaut, wird einen der Abgrund verschlingen. Davon war Koanas Erzeuger immer überzeugt gewesen. Naruan hatte das Leben eines zutiefst spirituellen Mannes geführt und viel über ihrer aller Platz im Universum nachgedacht. Mit seiner Spiritualität war jedoch nicht nur Erleuchtung einhergegangen, sondern auch Furcht. Die Furcht vor der Lehre, die jenseits der nur auf Karten existierenden Grenzen des Dominaions aufklaffte. Jenes Sternenreichs, das im 27. Jahrtausend nach der Zeitrechnung der Orkanoiden am äußersten Rand der Galaxis lag. Wie so viele Gläubige hatte Naruan in dieser Lehre einen Abgrund gesehen, eine unendliche Tiefe, aus der jedweder nur erdenkliche Schrecken emporsteigen konnte, um die Domänen des Lebens, welche die Arteria und die Slene, die Menschen und die Florill ihre Heimat nannten, zu verheeren. Diese Sorge hatte sich mit zunehmendem Alter in krankhafte Besessenheit gewandelt. Und schließlich war Naruan aus Koanas Leben geflohen und hatte sein Heil in einem Kloster der Luminatoren gesucht, jenem Paladin-Orden, der vor vielen Generationen zum Schutz all der Verängstigten gegründet worden war. Seitdem saß Naruan dort, wirr im Geiste, in seiner Zelle und erwartete Unheil. Kuana hatte, zu ihrer eigenen Beruhigung, das besonnene Wesen und den analytischen Verstand ihrer Erzeugerin geerbt. Daher zog sie die Wissenschaft der Religion vor. Dennoch hatte auch sie im Laufe der Jahre die Faszination ergriffen, die so viele Bewohner des Domänaions überkam, wenn sie den Blick randwärts richteten, auf die sternenlose Unendlichkeit, die sich dort erstreckte. Sie ging an die große Akademie in Usantalor auf ihre Heimatwelt Arteria und studierte dort den Kosmos und seine Geheimnisse. Anschließend besuchte sie Einrichtungen des Wissens auf Norton, Xenavis und Belux und für ein halbes Standardjahr lebte sie sogar unter den Orkanoiden, um vor diesen wundersamen Geschöpfen zu lernen. Das war noch vor dem politischen Eklat gewesen, der vor zehn Standardjahren zwischen den riesigen Quallenwesen und diesen furchtbaren Barakaranern aufgekommen war. Die Barakaraner hatten unbedingt seltene Erze auf einem den Orkanoiden heiligen Wanderasteroiden schürfen müssen. Seitdem hatten die uralten Bewohner der Zwillingsgasriesen Rauras und Navada jeden Kontakt mit den Völkern des Dominions abgebrochen und keine Delegation von Reumütigen, zu denen zugegebenermaßen nie ein Barakaraner gehört hatte, war imstande gewesen, sie davon zu überzeugen, diese Haltung wieder aufzugeben. Ein unschätzbarer Verlust, wie Quana fand. Aber nach ihrer Meinung fragte er niemand. Nach ihrem Abschluss hatte Quana eine Weile im astrographischen Zentrum auf Raumstation 41 gearbeitet. Die Enix hatten eine so prosaische Art, ihre Einrichtungen zu benennen. Anschließend war sie hierher gekommen, auf die Außenrandforschungsstation Tiefe Arion. Die Station bestand im Wesentlichen aus einer gewaltigen Sensorphalanx, die sich fächerförmig in Richtung des Leerraums erstreckte. Ihre Aufgabe lag darin zu ergründen, ob dort draußen mehr als bloß nichts war. Selbstverständlich gab man dem Ganzen einen wissenschaftlichen Anstrich, aber Quana arg wöhnte, dass die Station, ebenso wie ihre elf Geschwister entlang der Grenzen des Domänaions, nicht zuletzt dazu da war, die Bürger der Domänen besser schlafen zu lassen. Wenn es tatsächlich Schrecken gab, die aus dem Abgrund der Unendlichkeit emporsteigen konnten, dann waren es die tiefe Stationen, die sie als erste bemerken würden. Quana glaubte nicht daran, dass in der Lehre etwas existierte. Es widersprach jeder wissenschaftlichen Logik. Jede Form von nennenswertem Leben benötigte Licht und Wärme, ganz gleich wie wenig, und beides gab es nur in Raumregionen, in denen Sterne leuchteten. Doch obwohl es im Abgrund, zumindest für die Augen einer Arterierin wie Quana buchstäblich nichts zu sehen gab, faszinierte sie diese Schwärze, diese völlige Abwesenheit von Sinneseindrücken. Gänzlich leer war der Leerraum trotz seines Namens allerdings auch nicht. Die hochempfindlichen Apparaturen der Sensorphalanx maßen da draußen eine Vielzahl kosmischer Strahlungen, die meisten von ihnen sehr gewöhnlich, manche bemerkenswert exotisch. Außerdem schossen nicht nur Myriaden atomarer Partikel durch das finstere, eisige Vakuum, sondern auch größere Brocken, karge, zerklüftete Asteroiden-Irrläufer, die bar jeden Lebens einsam ihre Bahn zogen. Aber all das war für das bloße Auge vollkommen unsichtbar. Für Quana, die gemeinsam mit zwei Kollegen einsame Wacht über die Sensorphalanx und den angeschlossenen Analyserechner hielt, präsentierte sich der Abgrund jenseits der Beobachtungsfenster als ein schwarzes Meer, in das nur noch vereinzelte Sternenhalbinseln hineinragten, Ausläufer der Spiralgalaxis, die langsam in diese Finsternis am Rand des Universums expandierte. »Du tust es wieder«, vernahm Quana eine Frauenstimme hinter ihrem Rücken. Quana blinzelte mit ihren großen schwarzen Augen und wandte sich von der kreisrunden Transparenzstahlscheibe ab, vor der sie stand. »Ich schaue aus dem Fenster?« antwortete sie der kleinen, stämmigen Menschenfrau mit dem kurzen violetten Haar und der rosigen Gesichtshaut, wobei sie fragend den Kopf schief legte. »Du starrst in den Abgrund«, verbesserte sie Mengshani. »So als würdest du erwarten, dass dort etwas erscheint.« Abwehrend hob Quana die schlanke Hand mit den vier langgliedrigen Fingern. »Ich erwarte gar nichts. Ich genieße lediglich die Ruhe, die von der Lehre ausgeht.« Mengshani lachte leise, während sie zum Getränkeautomaten des Aufenthaltsraums ging und einen heißen Sarokawa aus ihrer Heimat orderte. »Wo wir hier jeden Abend die Wände zum Beben bringen«, die Worte klangen ironisch. »Noch mehr Ruhe und ich würde auf der Stelle einschlafen.« »Ihr Menschen seid immer so hektisch«, sagte Quana mit einem Seufzen. »Man muss leben, solange man jung ist«, erwiderte Mengshani. »Und ich werde nun mal keine zweihundert Jahre alt, so wie du, meine Große.« Sie nahm ihre Tasse, hob sie an die Lippen und nippte an ihrem Kawa. Quana schlug hultvoll die Augenlider nieder, bevor sie sich wieder der Schwärze vor dem Fenster zuwandte. Dabei spürte sie, wie ein Schmunzeln an ihren Mundwinkeln zupfte. Sie mochte die junge Menschenfrau, auch wenn sie sich manchmal gebärdete wie ein wildes Kind. Mengshani war die Computerspezialistin und Ingenieurin ihrer kleinen Besatzung. Gemeinsam mit TDO einem Enix, der als Arzt und Biologe arbeitete, lebten die beiden Frauen nun schon seit fast einem Standardjahr hier draußen am absoluten Rand. Es stimmte, was Mengshani sagte. Es war ein sehr ruhiges Leben. Sie bekamen kaum Besuch und der Großteil ihrer Arbeit bestand aus Datenanalysen. Vermutlich hätte die Station überhaupt keine Besatzung gebraucht, aber wenn schon nicht die wissenschaftliche, so war doch die psychologische Funktion von Tiefe-Aion zu wichtig, um den Außenposten allein den Automaten zu überlassen. Falls es zu einer Störung kam, oder das Licht mochte sie davor bewahren, einem tatsächlichen Kontakt, wollte der Rat der Domänen biologische oder im Falle der Enix semi-biologische Intelligenz vor Ort wissen, die sich mit dem Problem befassen konnte und es einzuschätzen vermochte.